Es sind Entdeckungen, die unsere Haltung der Vergangenheit gegenüber grundlegend ändern. Bewaffnet mit Spachtel und viel Geduld machen wir uns auf den Weg. Steve hat sich bereit erklärt, seine langjährige Erfahrung mit mir zu teilen. Diese Funde inspirieren uns zu historischen Recherchen. Stehen, 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 was ist das Besondere am Mudman-Strecht? Stehen, 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 steh. Wir haben eine Bombe gefolgen, was uns zu militärischen Recherchen nötigt. Und wir gehen bis an die Grenzen, um Land, Leute und Vergangenheit kennenzulernen. Sitz. Wir sind in Polen. Platz. Jetzt drück endlich meinen speziellen Kapuzen-Bulli raus. Wenn wir auf Tour sind, muss jeder erfahren, dass ich der Schlamm-Gott bin. Klar, aber was steht bei mir drauf? Du bist natürlich der einsame Wolf. Sitz. Platz. Sitz. Ich bin der einsame Wolf des Wuppers. Mit dir will ja auch keiner reden. Platz. Du hast die angegossen. Steh. Platz. Sitz. Im Westenpolis wollen wir nach einer im Zweiten Weltkrieg hatten kämpft, statt einer verborbenen Historie suchen. Bei Glogau, dem heutigen Kurkopf. Die Gnade in Grenznähe hat für eine komplizierte Geschichte besorgt. Seit dem 16. Jahrhundert ist Glogau spätestens herumgereicht worden. Das war's für heute. Das war's für heute. Wir schauen. Die Gnade in Grenznähe hat für eine neue Menge vor der Schlamm-Geräusche. Die Gnade in Grenznähe hat für eine Bühne in Grenznähe hat für die Schlamm-Geräusche geschenkt. Untertitelung des ZDF, 2020